Wo auch immer das Verbrechen zuschlägt, sind unsere Tatort-Kommissare im Einsatz. Der hätte nicht sterben müssen. Tempo, Typen, Täter, typisch Tatort. Ich bin noch nicht im Bett, wer ist tot? Jederzeit dienstbereit dem Verbrechen auf der Spur. Tatort. Und? Wer ist der Marder? Wir kriegen Sie alle. Im Tatort. In Ihrem ersten, immer sonntags, 20.15 Uhr, Tatort.